Ahi, der ist verschwunden, meine ich damit. Ich hatte das schon mal, als ich mich umge... also bin ich einfach ein Stückchen weg oder so, dann sind die wieder aufgetaucht. Das machen wir so kleine Dizzling-Sachen. Ah, wie geil das das mal los war, 8000 ist ja jetzt noch kein Megaschaden. Ach hier, guck hier, ist ja oben. Da hat er eine Kanone geschickt. Was? Nicht pfeifen. Fuck. Sprengen wir euch auch die Kühe und so? Ja. Ah, das ist ein Arme. Da ist ja der Elefant unten. Was hat er denn hier nicht scharf? Ja, wegen auch ihrer Beine, da hat er den hier wirklich gespürt. Der wäre jetzt rausgepackt hier unten, da durch. Ja, da war vorhin schon wieder frei, als er jetzt eben unten war. Das bringt einen Gott zunächst, weil er immer noch da unten drin ist. Und dann ist er ein bisschen zu fett, um durch die Aufgänge hochzukommen. Der Elefant hat sich beruhigt, oder? Der Elefant hat sich nicht zu machen, ne? Er ist jetzt da mit der Elefant auch wieder für immer. Ach so, ich muss ja die Dinger jetzt selber vielleicht wieder drücken. Bam. Das ist doch bekloppt hier. Die Tiere haben Spaß bei uns. Ich freue mich nicht. Finja hat jetzt 93 Passen, 93 Physis. Loll. Wir haben schon wieder... Der Wind war vorhin... Der Wind ist halt immer in die Richtung, nicht in die Richtung, in die ich hinfahren will. Also ich hab nie Glück mit dem Wind. Die Chance, dass der Wind richtig steht, ist gerade mal 50-50. Ja, ja. Eigentlich ist er nicht 50-50. Eigentlich ist er 75-25.